ja weil er leute hier sind sich wieder David Otega WM und bei uns ist auch noch der Paar Palli ist Palli ist er ja wie heißt es für alle sie dürfen okay das kann ich kann man auch sprechen Pallusier geht schon ja genau wir haben jetzt hier ein neues Projekt so ein Tänke Projekt sowas ähnliches wie das Megaprojekt nur halt nicht mit so YouTubern und sowas sondern ein Teil der Abbaus auf Klipfisch hoch nein hier ist aber keine Aufnahmepflicht und sowas weißt du was ich meine es ist schon klar und die Leichter im ja also wir spielen Teckel und ich würde sagen dann fangen wir endlich mal an endlich mal so dass er versteht das steht Akkatspräckung Regen und wird ja ich fange mal damit an und holen ein paar Schafe nämlich mit später immer die Spinde in doch zu fahren ich werde ich erst recht mal drauf nicht auch wenn ich die dir hilft was wenn sie die Erkennung die Gäste 6 einfach umsicht mal ich meine Mauser die es ist ja nicht warum sind das weil es vielleicht halb tot bin oder nur noch zweieinhalb Herzen hat und nicht mehr in der Regelung das ist ein weiteres Kriper bei mir haben das ist vielleicht drei Stück Wolle abgeben jedoch nicht mehr es ist okay da wo es wieder geht ein Hose Diamant die meine Güte es ist ich glaube eh nicht dass wir jetzt schlafen können Nürngrieber er hat und wir können denn die Luft geht ich sag es dir noch eine Art der Tief es ist also ich hab schon mal eine Wolle ich hab's dir gesagt ne ich hab's dir gesagt Dürgen ich will verarschen Dürgen das bei euch oder auch wenn es muss ob du das machst ich kann nicht mehr springen und ich versuche jetzt die drei Wolle zu organisieren und dann nicht gleich wieder weg keine Angst äh nee du reparierst das vorhin so ist es ja nicht hier ne also eine liegt hier noch um die kann ich dir geben hier er wurde die doch vielleicht es soll ich mir ein bisschen Holz damit ich meine Kiste machen kann und dann bringe ich mich und sonst noch was in die Luft rein denn ich bin ja nichts ja es sind doch zwei Stück in die Luft gehen ja ich suche Gott das zweite Loch ja ich hab' noch gesehen der Ausrede wer schon tot lachen die nicht das war scharf bleibt da scharf habe ich gesagt mit der Stadt dass wir wieder irgendwas österreichische einig und ich hab schlacksamen gefunden ja die sind von meinem Grundstück die musst du mir geben er kriegt kommen nein ich verzichte danke manne geht das ja noch nicht das ist ja die 147 da kann ich ja noch nicht dem Rechtsklick und so oh das voll nervig das habe ich mir jetzt angewöhnt das was ich wohl ich wohl von mir Erde er von meinem Grundstück das bringt er zu dir und Borders zu können dem er wo es ist nervig wenn man nicht springen kann wie viele sind eigentlich auf dem Server ja ich würde da hat Griefer das würdest du dann stopfen ich würde sagen das ist auch ein Loch von dir schädig schädig ich werde ich die Schöne der Beispiele bestimmt er nachdem ich verschenke um ob ich nur 30 warum geht der in die Luft mit der Ort es repariert du da wie du am Markt ich bin und das wird sich kaputt gemacht wird wieder zurück und er macht ganz schnell so ganz streng genommen war das ja eh alles der Krippe Oh, da ist jemand draufgekommen. Oh, ich auch gleich, ich hab Hunger. Stirbt man hier nicht an Hunger? Cool. Ach, ja, trautes Heimglück allein. Hast du überhaupt schon in Haus? Nein, nein, aber wir sind zwei Skelette super. Also, ich hab meine... Oh, mein Skelett. Er schießt mich jetzt. Ich hab mein halbes Herz. Sag ich doch. Fängt ja wieder super an. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh doch, oder? Bauer. 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 Neust� wieder alles. Oh, los. Hallo, Maus. 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 Oh, na, ne Spinne. Oh, das ist doch nicht zum aushalten, hier... Ich kann nicht mal gescheit anfangen, bis das jetzt wieder Tag ist. um um direkt nicht nicht etwas ja ich versuche es hier in Ordnung anzukommen es steht wieder alles lasst mich doch in Ruhe ich hab's euch getan facht ihr in Skelette schießen sich schon mal seit gegenseitig Rau die Weg du dumme Spinnen es gibt ihr fünf erde wenn du mir hilfst da wie du Routz warum da hätte ich lieber drei Holz wenn du mir wenn ich dir helfen hast etwa kein Baum auf dem Grundstück doch aber ich hab Gott Prozent fünf Skelette auf meinem Grundstück nur ja nur wenn man sei weniger das war ich jetzt so was von kaputt ist hat keine Chance gehen es läuft den Boden rum Chica das hat eine Chance gegen mich ich bin nicht ergeben wie kann ich habe den Kuiper gehört der Volkart in die Luft gehen ich sehe ihn ich beträumt es ist endlich Tag dann können wir jetzt auch mal anfangen wir haben schon acht Minuten 8 Minuten Verbrauch ohne irgendwas sinnvolles zu machen er sagt es was da werden 15 Minuten um sind durch müssen nicht nennen ab danach kann ich wieder die ursprüngliche Abschnittsvergessen er macht das wo wurde ich mich denn mal in die Erde hier um an ein bisschen Stein zu kommen hier am besten so ach direkt Kohle gefunden ist gut ich hab keinen Roboter für dich echt leid das zieren nicht so er hat man auf der Suche danach es weiß jemand ob sie irgendwo ein um Sumpf-Biom in der Nähe gibt da gibt es nämlich immer viele man kann zu sehen er hat nein schätze es überdorf 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 was hast du denn mal zwei creeper hintereinander gleichzeitig hintereinander gleichzeitig macht ja nichts das ist ja dein Grundstück das war ja nicht auf meinem Grundstück das ist das das dann mal viel Spaß neben einem Aufräumen das was holz ich er hat so genug Bäume bei dir ich bin zwar ich hab ein paar das so und gleich muss erst mal mein Grundstück ausleuchten das geht ja gar nicht die ganzen Monster dann nein stimmt alles muss man dem ja mal antworten sonst hört der nachher gar nicht mehr auf äh, was brauchst du noch? Blitzacke, Schaufel, Schwert oh cool kommt jemand mit ich gehe dann jetzt mal und wie vom Grundstück weg kommt von der Karte das nicht zufrieden müssen ein Apfel den Baustellen Stempel nicht verliebt ist du musst direkt mal holen und besser gesagt direkt nach Essen ich hab jetzt schon wieder zwei Hunger weg okay ich komme dann mal zu dir aufs Grundstück es wird es ich werde schon finden ich habe einen guten Orientierung sie und und die Richtung ist nein doch nicht hier ist bestimmt die falsch bei der Gabelung rechts oder links aber noch oder überhaupt bei der Gabelung keine Ahnung von nichts hast du eine Ahnung ich glaube ich weiß wo beim Dorf in der Nähe irgendwo ne ja links vom Dorf eigentlich okay ach ja da Ah hier ist ein Hühnchen darf man Tiere im Dorf äh so hier im Dorf darf man die töten oder nicht ja darf man okay ein Hühnchen 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 rohes Hülchen ist das leckerste was gibt aber ich bin noch nicht mehr vergiftet worden und zu denen dann ich ja du ja äh wohin ja einfach gemeint von der Stadt weg hier einfach irgendwo vielleicht finden wir irgendwo ne gute Höhle oder so ich hätte noch ne Axt machen sollen verdammt musst du so rasen ist was dagegen ja ich komme nämlich nicht hinterher kannst du nicht sprinten nein Autsch ich wollte gerade sagen ich spring da lieber nicht runter weil ich nicht regge und dann bin ich runtergefallen ja komm wieder hoch wieso hier war noch zwei Koffer unberührt die ist unberührt die Höhle Eisen alles oder Schlucht oder was auch immer das ist aber ich weiß nicht darüber schon mal genug wechseln verdammt okay ich gehe wieder raus ich glaube nämlich nicht dass das weit genug ist setzt es heute wieder hin ich als ob das auffällt wo bin ich denn reingekommen okay ich habe jetzt einen Sumpf gefunden was hast du gefunden einen Sumpf äh kommst du oder ich muss erst mal ein Ausgang finden ja hier ja da muss auch erstmal hinkommen ich weiß noch nicht wo hier ist aber egal aber ich hab dann Schwein gesehen ich hab Hunger wo ist das jetzt hin hast du das etwa genommen was ist das auch ein Kind Tintensäcke schade dass man die nicht essen Bühne er tut jetzt sicher gern ist äh ne ich bin Vegetarier ist das hier etwa ein Wabertwee das ist einer hast du ne Axt dabei ja kann ich nicht mehr kurz zu haben ich hab mein gesagt ach schade aber warte hallo ich hab ihn nein warte bevor es was denn er sagt halt dass du ein crafting table dabei hast ich hab kein ich habe einen gemacht es ist jetzt eigentlich aus gerade geht es so ja seit links zwei Stück ja auch Entschuldigung Entschuldigung dazwischen wenn der die hol ich mir noch dann ist der Hunger ganz weg oder so ein Schwerner das waren drei Stück Kostenswert ja es sind aber schon 17 Minuten um 18 ja auch danke dass ich hab's ja auch gesagt dann beenden wir jetzt mal die erste Folge Prozent und wir sehen uns dann ja bleib doch mal stehen jetzt die Stiftung befreit ja soll dafür dass er jetzt noch nicht zu viel gemacht haben die Nasein Davido er liegt immer alles an mir erinnert ja da würde ich sagen ja wie schon gesagt schon gesagt tschüss und Prozent bis Mama täglich oder eine Folge oder ja ja sag jetzt einfach tschüss ja tschüss bis morgen ja tschüss tschau und ja Untertitelung. BR 2018